Liebes Publikum des Fränkischen Theatersommer, ich grüße Sie ganz herzlich von meinen Proben, die natürlich auch zu Hause stattfinden. Mein Solostück »Engel auf Erden«, eine Hommage an Marlene Dietrich, wartet nur darauf, endlich auf die Bühne zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir uns schon ganz bald bei einer Vorstellung sehen werden. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Und ich habe es auf Liebe eingestellt, denn das ist eine Welt, und sonst ja nicht. Das ist, wenn soll ich machen, meine Natur, ich kann halt leben nur, und sonst ja nicht. Musik 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 Musik